So, dann bringen wir mal mit dem Stahl hin. Wenn ich den Anhänger mitnehme, ist der für dich quasi dann, oder? Inwiefern meinst du, der ist für mich? Den kann ich nicht verkaufen dann. Achso, nein, glaub nicht. Also vom Logisch her würde ich sagen, nein. Sonst hätten wir jetzt eine Geldtruppmaschine rausgefunden. Das stimmt, auf jeden Fall meinst du mit. Das ist ein Tieflader, der da gestanden ist? Mhm. Das muss ich wenigstens irgendwas mitbringen. Ich bin gespannt, was wir noch für die nächste Mission brauchen. Aber fertig sind wir noch nicht auf der anderen Seite, gell? Wir sind fertig. Wir haben ja noch viele andere Missionen, oder? Auch mit Holz und so. Das ist ja nicht alles hier drüben, oder? Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Brücke ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was fehlt. Ich weiß nicht mehr. Wenn da noch was fehlt, ist das hier? Ich weiß nicht, wie die Brücke eröffnet wird. Vielleicht habe ich besorgt, dass da war, aber dann ja leider nicht, weil ich da wieder Aufträge gemacht habe, weil du da eh Probleme gehabt hast. So. 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 Hast du den Armhänger jetzt mit? Den Armhänger dann. Hast du denn das drüben stehen lassen schon? Das ist ein Gerät. Und die Brüche haben von 10,000 km. Hübschen und Schäuern. Hübschen und Schäuern. Wo hast du denn jetzt abgestellt? Bei der Heller Kreuzung. Achso, weiter da vorne, ich dachte, beim Tunnel gleich. Ah, da. Den ersten C. Okay. Okay. So. Jetzt schauen wir mal, was man da hinten durchschießt. So. 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 aber für mich bin ich da jetzt mal gestern so 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 Du hast dich zurückgesetzt. Ja, ich kombiniere das gleich. Das Ziel ist, dass ich ein paar Minuten drücken möchte, dass ich mich überraschend bin. Was ist das denn? verdienen und anhänger gibt es für mich eh genug gut aber wir nehmen das hat er auch mal unterziehen können aber ich meine krass was acht ist halt so viel der bost hat ja mit sprechenden lkw auch dazu wir müssen so einen schweren brauchen wahrscheinlich einen heavy duty meinst du machen schweren glaube ich ich glaube die schwer sind für schwer sache ich hoffe es kommt gut